Wir wissen, dass Panzer die am meisten gefürchtete Technologie auf dem Schlachtfeld sind. Insbesondere im Zweiten Weltkrieg spielten Panzer eine wichtige Rolle. Obwohl Panzer ihre Entwicklung im Ersten Weltkrieg begannen, starteten die Länder im Zweiten Weltkrieg ein Wettrennen, um die Panzertechnologie weiterzuentwickeln. Wenn wir uns die Geschichte der Schlachten ansehen, sehen wir, dass neue Technologien entwickelt wurden, um gegen jede entwickelte Technologie anzukämpfen. In diesem Zusammenhang wurden Panzerjäger entwickelt, um Panzer zu stoppen. Diese Fahrzeuge, die auf den ersten Blick wie normale gepanzerte Fahrzeuge aussehen, wurden im Verlauf des Zweiten Weltkriegs in den Wettlauf der Weiterentwicklung eingezogen. Zum Beispiel wurde der massive Panzerjäger Ferdinand von den Deutschen produziert und auf den Schlachtfeldern eingesetzt. In diesem Video werden wir den Ferdinand-Panzerjäger detailliert untersuchen.